Hallo Wild, da sind wir wieder hier in unserer Serie D-Net. Das ist nur ein Test! Und in dieser Folge der Serie D-Net, das ist nur ein Test, stellen wir den Titel Bully Beatdown von Almighty Games vor. Herausgeber Almighty Games und Whisper Games. Und an dieser Stelle bedanke ich mich für die Spende des Keys zu diesem Titel und wir starten die Geschichte. In der Cafeteria? Okay. Fett! Fett? Wer hat das gesagt? Du, drücke die Taste, die du für einen Schlag verwenden willst. Die Maustaste. Geht nicht? Okay. Schlagen, E. Schlagen, E. Nimm das! Ha! Noch einen. Noch einen. Noch einen. Hier, nimm. Ah, haben wir schon. Drücke die Taste, die du für den Kick verwenden willst. Das ist einfach. Kick, R. Jawohl. Nimm das. Ha, die spezielle Taste für den Bauchsprung. Stampfer, Furz und Bowl verwendet. Verwende den Bauchsprung fünfmal in Folge, um die spezielle Taste dafür zu speichern. Hm, zu bewegen und... Spezial? Spezial und zu bewegen. Okay. Ha! Stampfen. Spezial und runter bewegen. Okay. Furzen. Spezial und weg bewegen. Das klappt noch nicht so gut. Iiiihihi. Okay. Verwenden Sie die Escape-Taste oder Zurücktaste auf dem Controller, um die Steuerung während des Spiels anzupassen. Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir haben alles gelernt. Okay, wir haben alles gesehen. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Schnelle Ausdauer mal 1.5. Aha. Und wie geht es weiter? Wir kommen hier nicht weiter. Okay. Alles gut. Von mir aus können wir weitermachen. Ich bin so bereit. So bereit war ich noch nie in meinem Leben. Putzig. Und weiter. Escape-Taste. Nein. Immerhin sind wir glücklich. Oh, eine Schabe. Wir machen alles kaputt. Na gut, von mir aus können wir weitermachen. Und Steuerung wiederholen. Nein. Hauptmenü. Benden. Nein. Bowl. Bewegen und Spezial. Zerbreche Gegenstände, um Leben und Energie und Münzen zu finden. Hey, du! Der nimmt ja gar keinen Schaden. Haha! Hey, der hält schon was aus. Oh, nein! Oh, nein! Fortsetzung auf Albtraumschwierigkeit kostet jede abgelaufene Minute fünf Münzen. Hm. Nicht genug Münzen zum Fortfahren, okay. Dann, nochmal. Tutorial zurück zur Schule. Ah, diesmal machen wir das aber richtig. Wir sind noch nicht aus dem Tutorial rausgekommen. Okay, das kennen wir schon. Ich möchte gerne weiter gucken, wie das geht. Okay. Liebe Welt da draußen. Der Titel ist zu schwer für mich. Der macht mich fertig. Wir nehmen einfach. Wir wollen ja nur mal reingucken. Und Cafeteria. Wer hat das gesagt? Komm her, du Lump. Ich boxe dich. Okay, die spezielle Taste jetzt. Space. Space und bewegen. Genau. Alles gut. Wie ging es weiter? Ja, wie haben wir das vorhin geschafft, dass wir weitergekommen sind, irgendwie? Wirkungsbereich wird erhöht. Oh, das ist gut. Gerade in der Schule braucht man so etwas. Was? Fünfmal? Na, das reicht schon. Okay. Ja, wir kugeln durch die Schule. Warum auch nicht? Aber wie ging es nochmal weiter? Ich möchte das Herz sammeln. Mh, komm aber nicht so weit. Ah, da sind ja noch Herzen. Ih, müffelnde Herzen. Ab in die Ecke mit dem Pup. So, wir können weitermachen. Bowl, jetzt geht's weiter. Okay, bewegen und Spezialtaster gedrückt halten. Erst Spezialtaster und dann bewegen. Nein, bewegen und Spezialtaster. Okay. Wo ist der Gegner? Dieser Rowdy hier. Ah, juhu. Essen. Ja, das war's versehen jetzt. Ja, ja. Pur Absicht. Da kommt noch einer. Was willst du von uns? Haha. Jawohl. Farbe. Das wird bunt. Okay. Nimm den Topf. Na, der sieht doch nett aus. Na also. Haha. Wir kullern einfach weiter durch die Schule. Das ist doch gut. Du verfolgst uns. Oh, Moment. Du kannst das. Ganz genau. Zurück zur Schule. Gelöscht. Tutorial. Tutorial. Ach so. Das Tutorial haben wir geschafft. Oh, ja. Freigesetzte Fähigkeiten. Furz. Wirkungsbereich. Mal 1,25. Und schnelle Dauer. Schnelle Dauer mal 2. Ja gut. Weiter geht's. Ja gut. Nächste Runde. Ah, lecker essen. So etwas gab's in der Schule? Pizza und Cheeseburger? Ach, der sollte Schoolgirl fragen. Okay. Ha. Da kommt sie schon. Uh. Schoolgirl. Haha. Jetzt verstehe ich. Na nun. Hat er keinen Hunger mehr? Ich gehe mit Gamerkeek. Oh, Gamerkeek. Niedlich. War ja klar. Hey, wer schubst? Ach, schon wieder so ein Pöbel. Na toll. Weiter, Fettkid. Wer nennst du hier Fettkid? Ach so, wir sind Fettkid. Wer würde schon mit einem Fettsack wie dir ausgehen wollen? Hm. Gleich. Ah, wer weiß. Der Jock. Oh nein, der Jock. Ah, ich hab keinen. Ah, okay. Kapitel 1. Der hat uns geschubst. Und gelacht hat er auch. Ich... Okay. Egal. Die Aufnahme läuft weiter. Der Titel landete auf dem Desktop. Ich hab wohl die falsche Taste gedrückt. Ja, welche? Die Mach-Mich-Aus-Taste gibt's die schon? Okay. Optionen, Optionen. Nein, weiter. Geschichte, weiter. Sprache. Danksagungen. Beenden. Beenden hab ich gar nicht gedrückt gerade. Ehrlich nicht. Geschichte. Cafeteria? Nein, das hatten wir schon. Zurück gehen. Nein. Dann doch Cafeteria. Zum Abi-Ball, liebe Welt da draußen. Das läuft doch so nicht ab, oder? Ach so, ja, doch für manche vielleicht schon. Ja, ach, da ist doch gar nichts dran. So ist das doch gar nicht. Unrealistisch. Wir wollen wieder rumkugeln. Realismus. Mehr Realismus. Rumkugeln. Okay, okay. Lass dich nicht schubsen. Fettkid. Die hänseln uns hier. Die mobben uns. Ganz genau. Kapitel 1. Geht nicht. Geht nicht. Geduld. Ach so. Schlagen. Das muss man doch sagen. Hier, wir essen so eine Pizza erstmal. Oh, wir machen das alles kaputt. Ja, genau. Dann hassen uns alle. Wir können alles kaputt machen. Lecker trinken. Das können wir nicht nehmen. Wasser. Oh, wir können ausrutschen. Ja. Au. Hey. Lass das. Du sollst. Wir können das hier. Moment. Na also. Wir kugeln hier einfach durch die Cafeteria. Das macht Spaß. Was ist mit der Pizza hier oben? Mh, lecker Pizza. Wollen wir nicht? Okay. Haben wir schon. Wir müssen aber nicht alles kaputt machen, oder? Hey. Hey, ihr spinnt wohl. Hier. Nehmt das. Riecht das. Riecht das. Ganz genau. Und zur Strafe machen wir euch alles kaputt hier. Und behaupten, ihr wart das. Essen dürfen wir nicht, aber die Goldmünzen, Gold, dürfen wir aufsammeln. Okay. Oh, jetzt geht's rund. Das, das sind die Sportler. Keine Chance gegen uns. Wir sind zu mächtig. Zum Einsammeln ist ja nichts mehr. Die Blitze können wir einsammeln noch. Und das Essen nicht? Ja, wir haben noch nicht gelernt, wie man isst. Na? Hey. Seid ihr echt so? Alle gegen uns? Warum? Wir können... Moment. Wir müssen erstmal betäuben und... Jetzt aber. Hey. Wie könnt ihr das machen mit euren langen Beinen? Ach so, ich bin immer aus der Puste. Das ist das. Ja, das muss ich doch erstmal wissen. Wir haben ein Tutorial gemacht, aber das stand da nicht bei. Man schlägt keine Mädchen. Wir sind am Ende. Eine Münze ausgeben, um sofort weiterzufahren. Ja, okay. Haben sonst doch besiegt. Wir sind zu viel auf einmal, oder? Wir müssen bessers killen demnächst. Erstmal. Können wir den Baum hier auch eigentlich? Ha, wir können sogar den Baum. Kommt raus da aus eurem Nest oben. Na, ich mag Vögel. Nein, aus dem Baum fällt nichts mehr. Die ist nett. Oh, schade. Hey, lass das. Nimm das. Genau. Oh, wir sind ganz schön aus der Puste hier. Wir wehren uns ja gar nicht. Geht alles nicht. Geht alles nicht. Okay, liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen Dank auch für die Spende dieses witzigen Titels. Und wenn ihr eine ganze Serie sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie geht es weiter, werden wir zum Abiball gehen oder werden wir es nicht schaffen, dann lasst es mich wissen. Mittels Kommentare zum Beispiel. Lasst es mich wissen, indem ihr liked und indem ihr das Video teilt und euch das Video immer und immer und immer und immer wieder anguckt, ohne vorzuspulen, höchstens zurückspulen, das geht. Ja, Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.